Guten Tag, gerne möchte ich unser Hotel vorstellen. Ein kostenloser Parkplatz ist sofort am Haus, auch für Fahrräder. Hier servieren wir ein üppiges Frühstück. Im Winter lodert ein gemütliches Kaminfeuer. Die Zimmer, auch ein Apartment und Parterre für gehbehinderte Menschen mit Minibar, Kabel-TV und kostenlosem WLAN. Wir freuen uns, Sie als Gäste zu begrüßen. Ihre Familie Gast geht.